Niklas Wilson Sommer will zum Afrika Cup. Der Traum für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, scheint in utopischer Ferne. Darum möchte Sommer nun eine andere Chance wahrnehmen. Sommer verriet, ich wurde vor zwei Jahren angefragt, ob ich für die angolanische Nationalmannschaft spielen möchte. Damals wollte ich noch nicht. Jetzt ist Angola aber für den Afrika Cup qualifiziert. Wir sind daher wieder im Kontakt mit dem angolanischen Fußballverband.